So, willkommen zu einer neuen Folge von meinem Kanal Ramses der Dicke und heute sind wir wieder komplett am ausrasten, denn ich habe in letzter Zeit ja so viele Prime Sorten gesucht, bestellt, gesammelt, getestet, viele muss ich noch testen, wenn das Video hier erscheint, aber ich habe schon etliche wieder bestellt und es gab mal eine super geniale Sorte in einer gelben Flasche, die mir besonders gut gefallen hat, das war das gelbe Prime, das Lemonade, das fand ich vom Geschmack richtig gut. Und gekühlt oder ungekühlt, das war egal, ich fand das einfach wirklich toll und sehr erfrischend, sehr zitronig, das hat mir wirklich, ich glaube, das ist meine Lieblingssorte. Jetzt ist ausgerechnet von diesem gelben Lemonade Prime gab es eine Special Edition, die Venice Beach Prime Sorte Edition, standardmäßig hier weg, sondern hier Venice Beach Prime heißt, da ist der Logan Paul drauf, da ist der KSI drauf abgebildet und die gab es nur an einem einzigen Tag, an einem Event beim Venice Beach Strand, wo die anwesend waren und haben dort eine limitierte Auflage von den Flaschen dort verteilt an die Leute, die da waren. Das ist schon wieder so eine geniale Aktion natürlich, Leute, die dort waren, haben sich da ein paar Flaschen abgegriffen, haben die jetzt zu Hause stehen, haben die verkauft, haben die weggeschmissen, haben den Wert gar nicht erkannt. Und andere Leute, die Prime sammeln, rasten komplett aus, so wie ich und haben gesagt, wenn du schon fast alles jetzt hast, die Möglichkeit aber hast, an das Venice Beach Prime zu kommen, auch wenn es einfach dasselbe Prime ist, immer noch eine gelbe Flasche, nur mit einem leicht anderen Design, dann mach das halt mal, du lebst nur einmal, tob dich ruhig aus. Jetzt habe ich jemanden gefunden, bei Ebay, der hat auf meinen Preisvorschlag reagiert, das kommt wieder mal aus dem Vereinten Königreich, der Artikel hat 80 Pfund gekostet, mit 32 Pfund Versand und 21 Pfund Mehrwertsteuer, das heißt, das waren 134 Pfund. Dann kam an der Tür aber noch der Zoll hinzu, ich habe also insgesamt hier 166 Euro für den Artikel bezahlt, plus den Zoll. Der Zoll waren da jetzt nur 10 Euro oder so, keine Ahnung, ich verstehe eh nicht, manchmal ist Zoll drauf, manchmal ist kein Zoll drauf. Warte mal, bei der Flasche, da war gar kein Zoll, das war privat, da war kein Zoll drauf, aber bei einem Geschäft aus einem Shop, da waren 10 Euro Zoll drauf und bei dem anderen waren 20 Euro Zoll drauf oder so. Obwohl das mit 20 Euro einen kleineren Warenwert hatte, als das mit 10 Euro, obwohl da viel, 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 viel mehr Wert drin war, trotzdem weniger Zoll drauf als das, blickst du auf jeden Fall nicht durch. Jetzt habe ich das Teil hier bekommen, da ist also wirklich nur eine einzelne Flasche drin, das möchte ich jetzt mal auspacken mit euch zusammen. Und dann möchte man es natürlich auch probieren und gucken, ob das immer noch so genial schmeckt. 166 Euro, ihr werdet das wahrscheinlich jetzt nicht erkennen, 166 Euro für eine Flasche Prime, wo ich den Geschmack schon kenne, wo ich die Sorte schon habe, was also an sich ja nichts Neues ist. Weil es aber meine Lieblingssorte war und die eine Special Edition hat und die Flasche mir einfach gut gefällt, hoffe ich. Ich weiß ja gar nicht, was drin ist, vielleicht war es auch wieder irgendein Fager, der irgendeine Scheiße hier verkauft hat. Deswegen müssen wir mal schauen, wir machen das jetzt hier auf. Ich wollte es ja erst schon aufmachen, ich habe gedacht, nee, das ist so ein besonderer Moment, das müssen wir auf Video festhalten, wenn ich das aufmache. Und vor allem hoffentlich nicht reinschneide und dann spritzt das ganze Zeug raus. Was ist das für ein vergammeltes Papier? Habe ich auch noch nicht gesehen. Eine richtige Arschwul hier zum Abziehen. Aber egal, das machen wir. Wir bleiben dran. Ziehen, ziehen, kleckern und drücken und machen weg. Jetzt haben wir die äußere Hülle fast ab. Und es klebt einfach so abartig. Und hier ist jetzt nochmal, hier ist ein Panzertape drum. Aber wir können es jetzt einfach schon hier unten rausziehen. Und jetzt können wir es, jetzt ist es, jetzt Vorsicht, Vorsicht. Jetzt nichts kaputt machen. Nichts überstürzen. Einmal hier oben aufreißen. Dann an der Seite rausziehen. Und die normale Prime-Flasche hat, wie gesagt, einfach nur diese gelbe Flasche, wo Lemonade steht. Aber die hier, diese Sonderedition, oh mein Gott. Guckt euch das an. Du drehst die um. Da ist einfach, da ist ein Bild drauf. Hier ist es grün. Hier siehst du Logan Paul. Die Scheißfresser, würde Sarina jetzt sagen. Der ist hier drauf. Und wer ist daneben? KSI. Mit seinem Hut. Und das Besondere ist, ich habe die Lemonade ja nur ganz normal hier in Europa. Mit dem runden Boden. Jetzt habe ich die mit einem amerikanischen Boden. Die auch breiter ist. Die fetter ist. Die du einfach hier so hinstellen kannst. Richtig stark. Richtig fett. Und es ist ein Original. Wirklich Venice Beach Prime Lemonade. Und ihr denkt, 166 Euro ist teuer. Aber ich sage es euch, das war das günstigste Angebot, was ich über Monate lang gefunden habe. Die Leute verkaufen das für 500 Euro. Für 800 Euro. Da werden Gebote immer drauf gemacht. Bis sonst wohin. Das gab es wirklich nur an diesem einen Tag. In Venice Beach. Direkt am Strand. War ein Event. Da wurden die verteilt an die Leute. Das ist also was ganz Besonderes. Ihr müsst das nicht sammeln. Ihr müsst das nicht gut finden. Aber ich feiere das übertrieben. As fiesely competitive lemon farmers from across the pond, Logan Paul and KSI combine their lemons to create the most lip-packering, thirst-quenching citrus. As boys said squeeze tirelessly to make the best lemonade to ever grace a mason jar. Now they are sharing the secret resep Puka up. It's prime lemonade. Und die möchte ich natürlich auch probieren, aber die ist jetzt warm. Das heißt, ich werde die jetzt einfach mal einen Tag lang im Kühlschrank lassen, dann aufmachen und dann direkt aus der Flasche trinken. Das sieht wirklich übelst schön aus. Ich weiß nicht, ob wir das nachvollziehen können, aber ich kann im nächsten Video, äh, im nächsten Take dann die andere vielleicht nochmal daneben halten. Aber hier, guck mal, Jesus, Alter. Jesus ist aufgestanden. Jesus, KSI ist mir zu Kopf gestiegen. Jetzt packe ich sie in den Kühlschrank und nach 24 Stunden sehen wir uns wieder und dann trinken wir die aus. 166 Euro. Das wird genial. So, bei mir ist jetzt der nächste Tag. Ich habe gedacht, als kleinen Gag mache ich mir noch den Bart kürzer. Mach den ein bisschen ab, dass es nicht mehr so wild aussieht, weil Bubsi sagt die ganze Zeit, lass den noch stehen. Da siehst du sonst nämlich aus wie zwölf. Aber egal, jetzt wollte ich den abmachen, ist der Bartschneider natürlich leer. Der Akku ist leer, das war noch nie. Der ist noch nie leer gewesen. Das erste Mal im Leben, dass der leer ist. Das ist genial. Ich habe jetzt mein Prime über Nacht im Kühlschrank gelassen. Die Flasche ist jetzt richtig fridge cold. Mit The Badlands Chuck sagen. Und ich finde die Flasche immer noch richtig genial. Zum Vergleich haben wir hier die ganz normale Lemonade. Ihr seht den europäischen Boden, der da unten so rund gelutscht ist. Ihr seht den amerikanischen Boden. Wenn ich die direkt nebeneinander stelle, ist die sogar ein bisschen kleiner. Das heißt, die ist zwar kleiner, aber die ist auch bauriger, die ist auch fetter und die gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Die gelbe sah schon toll aus, aber die Venice Beach ist eben so ein Sammlerstück. Und auch für diese Aktion feiere ich Logan Paul einfach, dass er da an einem Tag mit KSI nach Venice Beach geht und sagt, kommt her, bitte schön, verteilt da diese Flasche nicht. Ich denke mal, das war sogar kostenlos, dass sie die einfach dort verteilt haben an die Leute um den Strand herum. Und das einfach nur so eine Werbung war für Prime, für das Produkt und dass eine besondere Flasche da rausgekommen ist und die Leute einfach dachten, wow, richtig coole Sache. Mir fallen immer mehr Sachen auf an Logan Paul, die einfach richtig cool sind. Auch wenn ihr den nicht mögt, schreibt mal rein, warum mögt ihr Logan Paul nicht? Warum hasst ihr den oder warum mögt ihr den einfach nicht? Man kann ja so viele Leute nicht mögen, aber ich finde immer mehr Gefallen an ihm. Ich möchte die jetzt aber noch austrinken, 164 Euro, diesmal nicht im Ernesto Glas, diesmal einfach so. Guckt euch das an. Das Siegel ist gebrochen. Was für ein tolles Geräusch, für die Badlands Chucks, wie sie das sagen, das beste Geräusch der Welt. Wir riechen mal kurz dran. Riecht halt wirklich sehr zitronig und Lemonade, damals habe ich mit Hannes getestet und gesagt, das ist eins meiner Lieblingsgeschmäcker. Nicht alle schmecken mir, aber Lemonade war immer cool. Kurz mal einen kleinen. Habe ich beim letzten Mal, als ich die getrunken habe, habe ich die warm getrunken, sogar warm. War die ein Genuss. Die ist jetzt schön kühl, ich schwitze eh. Ich musste gerade wieder draußen rumrennen, jetzt bin ich hier drin. Möchte das jetzt genießen, diese Lemonade Prime Venice Beach Edition. Nature Relief Flavoured. 164 Euro. Die kommen in den Schrank. Ich muss mir mal was überlegen, vielleicht fülle ich die alle auf, einfach mit Wasser. Als die Flasche wieder stabiler ist und im Schrank besser steht. Aber wenn die leer ist, fallen die immer so um. Gerade die mit dem runden Boden, die fliegen dann immer aus dem Regal raus. Jedes Mal, wenn die runterfallen, werden die natürlich beschädigt. Die europäischen haben auch das Pfand Logo, die anderen haben natürlich kein Pfand. Das heißt, wenn ihr sagt, ah Digga, der Pfand, der Pfand, da ist eh kein Pfand drauf. Nur zum Sammeln, nur zum ins Regal stellen. Und jetzt habe ich beide. Habt ihr eine Lieblings Prime Sorte, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten Peace out for out. Euer Ramses. Mal gucken, was demnächst noch für Prime Sachen rauskommt. Mal gucken, wann ich eigentlich mal alle getestet habe, die ich mir geholt habe. Und was noch für Designs am Start sind, das war es. Die Suche geht weiter nach neuen Prime Kreationen. Ich hoffe, die lassen sich Zeit, weil ich muss erst mal. Das ist nämlich, ihr wisst Bescheid. Peace out for out, euer Ramses.